Radkultur bedeutet, dass wir Radfahren auch als kulturelles Ereignis sehen. Radkultur ist für mich die Verankerung des Radfahrens tatsächlich in der Bevölkerung. Dass es Spaß macht, dass es ein gutes Fortbewegungsmittel ist. Das ist eigentlich das Selbstverständnis, dass wenn man sich fortbewegen will, immer drüber nachdenkt, das Fahrrad zu nehmen. Oder noch besser gar nicht nachdenkt und sich einfach aufs Fahrrad setzt. Dazu gehört, dass der Oberbürgermeister auch bei Regen zum Termin mit dem Fahrrad kommt und zeigt, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Der Radkultur bedeutet einfach, dass Fahrradfahren so selbstverständlich wird wie Kochen, Aufstehen, Frühstücken. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.